hallo mein lieben herzlichen willkommen zu einem neuen angespielt von kulteste simulatoren spiel ist für 6 euro 99 im google playstore erhältlich und für sieben euro weiß natürlich dass es ein bisschen action bietet an sich sieht es erstmal nicht verkehrt aus wer ist verantwortlich ein stellung was haben wir hier so schönes auto safe und aber ok bis dann beginnt ihr das spiel brille die morgendämmerung aspirant allein dieser eisigen stadt mit meiner nutzlosen ausbildung meinen träumen was jetzt könnte etwas besseres werden ihre arbeit ein prekärer job als portier im krankenhaus schlimm aber alles was du gerade bekommen kannst tippen für name aspirant arbeiten noch eine schicht die abgedrungen gänge wischen immer lieben mit hohlen augen ihre post bringen mit leicht befrachtete tragen in den keller schaffen let's go noch eine schicht im hospital zehn sekunden dauert gleichen bevortragen den keller schaffen für den weinkeller irgendwo nebenbei an ein bisschen leichen lagern mit einer schicht nimmt sich der hauptpferdner zur seite brauchen das dienste nicht mehr sagt er hier deine letzte lohntüte wir haben dich bis zum ende des monats bezahlt ich habe meine arbeit verloren irgendwann habe ich jetzt etwas zeit mich auszuhören meine gesundheit so erholt sich wieder traum ist freigeschaltet wieder träume ich von einem leuchten der schmutzigen haut der welt das licht im schwarzen forst die bleiche tür der alte alle sammeln den müssen die unsichtbaren künste praktizieren okay es fing aber dann dass ich mit dem alten im hospital sprach erkannte meinen namen doch nun ist der tod lungenentzündung warum träume ich doch immer von ihm was ist das für ein kobalt blaues licht in meinen träumen die zeit verstreicht nun zufriedenheit okay was haben wir bei gesundheit dieses mal leib es gibt andere leiber doch dieses der meint und mein geist braucht ihn wie ein pilz die erde braucht mit genug für die tippe kannst du mehr gesundheit bekommen und geld mit genug um mich eine weile recht bequem leben zu lassen wir haben leider keinen keine dingens und ist schon was haben wir damit der geschwindigkeit mehr kann man gerade nicht machen leidenschaft stumpfe geist ist nie intuitiver oder mathematischer natur blaze pascal mit genutzt man kann so durch studium mehr leidenschaft gewinnen und hier wieder was neues was das ein brief von einem notar der alte im hospital von dem ich geträumt habe hat mich in seinem testament bedacht ich werde schon bald mehr hören alle sammeln ausruhen die eigenen prioritäten überdenken oder das risiko eingehen die es selbst bei der erkundung der königreiche des schlafs aber kann ich etwas reinpacken tatsächlich in zeit besonderer not könnte ich einen diskreten apotheker aufsuchen um ein opium tinktur zu erwerben und mir die träume zu versüßen doch nur in zeit besonderer not dies ist einer ebenso teure wie riskante art in zufriedenheit zu kommen sie könnte eine krankheit oder verzweiflung auslösen was soll ich kann mit der was du war ich erfrischt auf manchmal sorgt dies für zufriedenheit aufbringst aber nichts gelingt ich erzeugt das graue oder faszination kennen diesen traum eine straße geht über eine hügelkuppe und die luft ist über silberhell und da haben wir hier fähigkeit aspekt motto aspekt zutaten machen wir mit leidenschaft arbeiten wir können ja nichts arbeiten schneiderei für den hummer fällt mir wirklich nichts besser aus einem das geht nicht die karte muss uns an diese aspekte aufweisen fähigkeit auf wohltäter oder verlangen oder ritus oder arbeit also die dinger hier was haben wir hier der alter hat mir in der geldbetrag so ein stapel eigenartiger papiere zugedacht gedichte rätsel mit haar physische spekulation zum ersten mal seit monat fühlt sich ja mein verstand angesprochen studium ist freigeschaltet bücher und andere schätze freischalten keine lebendige organismus kann längere zeit in der zustand absoluter realität bei verstand bleiben mit erudition kannst zum studium zu mehr verstand kommen ein paket eigentümlicher papiere vom test des vollstrecker meines korrespondenten ich muss die stelle entweder meine leidenschaft oder verstand let's go ich werde ihr stück mit größer sorgfalt untersuchen wir haben viele dinge die wir gleichzeitig machen können wellige felder das blinzern des flusses eine kühle brise die sonde geht auf sie wird mich nicht schonen albtraum die leuten damit ich habe nichts richtig verstanden was ich hier machen seinem spiel auch noch teilen verstehe ich will noch gar nicht aber ich glaube ich habe gerade genug leidenschaft erschöpft intensierte strahlt und faszination aus und die eine priorität nicht leckt das licht leckt durch die ritzen mein geist ist heller denn je höher ich mich erhebe desto mehr sehe ich okay das spiel ist glaube ich ziemlich komplex was haben wir hier oben eigentlich euch davon irgendwas was da passiert wir können auch alles mitnehmen bücher und andere schätze freischalten ich beschreibung zum moorland kryptische beschreibung hat so eine überlösen adresse eines gewissen moorland seines zeichenzeller für bücher der seltenen sorte studieren wir mal wir gehen mal was haben wir hier noch schönes können was arbeiten eine arbeit suchen mein leib schon wenn auch nicht meinen geist jetzt gehen wir suchen wir sehen wir im hintergrund tut sich was auf träumen von geldmitteln das bewusstsein des strahlens leidenschaft habe ich aber schon mal in dem freund von geld mit das passt schon verstand und assistent stelle bei glover an glover dann let's go das kratzen von bleistift der solche staub das seufzen von glover juniors kirche google von glover senior eine schlecht beleuchtete straße in einer wenig beliebten biegung eines unwichtigen flusses ein weiches gelbes licht scheint durch ein schmieriges fenster miss moorland nickt als ich ein dritter erhebt sich aber nicht ich frage nie nach den namen meiner kunden lässt sie mich wissen bevor ich mich auch nur vorstellen kann akkunden ist freigeschaltet dann gehen wir mal studieren kann ich nicht über gesundheit studieren lange spazierende beseitigen spinnweben zufriedenheit mitnehmen fleiß haben wir noch ein bisschen fleiß werde extra einsatz zeigen vielleicht wissen die das ja zu schätzen bearbeitung zeit dieser schatten einer sonde verstreicht ich muss geld zum leben haben sonst werde ich krank neugierigen minderheit die falsche art von bekannter kann das interesse der neugierigen wecken der puritan oder der rachsüchtigen das ansehen kann ein gegner auftauchen lassen hinweise es ist der lehrraum der schlüssel nützlich macht immer eine karte um ihre lücke zu füllen ok mein name ist für den moment reingewaschen alle rechte bleiben in den schatten der ort und denkt da kann ich ihn erkunden oder ist was verschwunden erkunden die stadt und gesundheit oder anhänger erkunde ort und möglichkeiten am wissen zu gelangen erkundungen sind häufig unberechenbar und allein doch das gibt mir auch frieden ausgaben jetzt werde ich krank ich verliere immer wieder mehr geld sehe ich gerade verstand getrübt ich werde besser als früher bezahlt doch mr orden hat ein auge auf mich geworfen mr orden ist sehr speziell ist auch eine ganz genaue vorstellungen wie die dinge zu erledigen sind dass der ordnung hat nie geglaubt dass ich für diese position qualifiziert bin verschwindet ihr das mal was ein okkulter zettel der kann man theoretisch studieren haben ich zwei wissensfragmente gleichstoffen gleichen aspekte kann ich sie zusammen studieren um mein verständnis zu verbessern und ich kenne eine andere von wissen ein system ist zu subversieren mit leidenschaft ok ich brauche was okkultes kult habe ich jetzt nicht notizen als möglichen mitarbeiter man das kurs benennen hat seine beobachtung zu mir festgehalten er glaubt ich habe potenzial mit korrespondent auch seine beobachtung zu jemand anderem festgehalten die spiele ist ultra kompliziert und wird einem gar nicht erklärt so wirklich wir können erkunden ich weiß auch nicht genau was ich alles reinklicken kann rastlosigkeit gesundheit können wir erkunden alles go schönes aufmerksamkeit stand ja aber jetzt fertig wenn ich sie dazu erklärt habe vorher nicht ich denke wir verstehen uns ausgaben zeit verstreicht will ich immer wieder ein geld dadurch was soweit er immer wieder was neues sucht man obsession hunger brennt in meinem hirn hunger nach dem wissen welches die unsichtbaren können sie mit sich bringt versuchung erleuchten grauen ach so ich glaube die verschwindung nach gewissen zeit kann das sein ich glaube die verschwinden nach gewissen zeit jetzt zum beispiel noch 30 sekunden vitalität mehr vitalität haben wir sowas auch mehr 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 geht nicht die rastlosigkeit studieren geht nicht warum geht das nicht warum kann ich die rastlosigkeit nicht studieren leute ich verstehe nicht was ich hier tue ich klicke einfach um wo rum aber der ziel ist verschwunden der verstand ist angekommen träumen ich mich beim ziel verschreiben oder mich auf etwas anderes konzentrieren reflexion noch ein grauen mit wissen mit verstand leidenschaft eine spannatmosphäre eine kühle atmosphäre ich beides nicht kann ich also beides nicht nutzen zufriedenheit sammeln wir mal hier was wir mal aufhören auflösen gesundheit mit mitteln ja auch raus ach so ich habe hier muss ich mal wieder neu machen alles klar und sich beim künste praktizieren würde ich aber auch machen wollen verstand geht nicht an die stelle weil sie sagen ziemlich verschwindet das wäre natürlich schade versuchung erleuchtung also ganz klar gestanden habe ich das game nicht typen für name was auch der sinn ist das ist mir bisher bisher tatsächlich fremd aber ich glaube das kann schon ziemlich komplex sein das game grauen erinnerungen zufriedenheit bei euch dafür man muss auch mal auf die farben gucken kann das sein das grauen gedanken und die luft ist silber hell wissen aufmerksamkeit das heißt hier müssen wir tatsächlich immer wieder die arbeit neu starten wenn wir fertig sind studieren wir verstand versuchen erleuchtung jetzt können die mittelwege mit mr orden klar zu kommen ich würde gerne sagen können ich sei enttäuscht aber ich hatte ohnehin nicht viel von ihnen erwartet mir bleibt keine wahl als ihnen ein teil ihres lohnens vorzuenthalten sie können gehen aber bitte seien sie morgen pünktlich na dann bitte dort haben wir schönes straat kronos wohnstätte aber ist noch super viel parallel gleichzeitig machen das ist etwas schwierig geld mittel gedanken und ich habe wie gesagt kein plan was das zielort ist ich klicke einfach irgendwo hin und her ja tatsächlich wir haben ja keine richtige story bringt die morgendämmerung zerstöre das gespeicherte spiel andere leben sprache trennung ja wenn man nicht eine richtige richtige naja so eine kleine story bekommt so ein wo waren wir haben das spiegel an da hast du ja nicht wirklich einen einen anhaltspunkt oder ähnliches was wir überhaupt machen sollen ich bin etwas irritiert verstehe ich diese wow ich könnte expedition her schicken um bücher schätze und werkzeuge der macht zu finden da ich muss auch eine ganze ende brauchen geld mit um sie auszurüsten ich brauche einen anführer und assistenten geld mittel hätte ich gesundheit mir geht es nicht gut vitalität aufmerksamkeit ein bisschen verstand vielleicht ok ja ich habe es nicht so richtig verstanden das game wir haben uns einfach ein bisschen rumgeklickt leute gut dass ich es mir für sieben euro nicht gekauft habe aber es gibt es für sieben euro im playstation falls einer check wie das game funktioniert was hier der sinn dahinter ist gerne mal in die kommentare damit die kann man sogar umschieben die felder ja dann war es das erste mal gewisse mal angespielt zu coldest simulator den sinn habe ich nicht ganz verstanden aber ein bisschen reingeschnuppert es gibt einfach viel zu lesen viel zu machen viel micromanagement nur gleichzeitig viel und ja da würde ich sagen ein baby in der luft sehen wir uns in der nächsten folge wieder vorangespielt danke fürs zu sehen bis dahin leute tschau tschau